Hallo, guten Tag, liebe Damen und Herren, herzlichen Willkommen zu Discovery Planet. Ich arbeite als Forscher, Botaniker und Pharmakologe aus Japan. Das erste Mal habe ich diesen Platz im 2005 besucht und jetzt, mit neun Jahren später, kann ich bemerken, dass es fast nicht verendet hat. Dieser schöne Platz befindet sich sehr tief im Regenwald. Das Wasser im Regenwald ist immer so rot wie der Tee und wir nennen es nur Schwarzwasser. Es befindet sich hier überall und es beeinflusst das Leben der Wasserkirche, Kryptokolline und tropische Fische. Pflanzen und Insekten absorbieren dieses rotes Wasser. Vielen Dank, dass Sie meine TV-Sendung ansehen und bitte melden Sie sich an unserem neuen Konto an, um andere neue Videos zu bekommen. Vielen Dank für die Unterstützung. Tschüss! 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 Schüss! Tschüss! Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020